Wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Wir können überall hin, um alles zu tun. Wir sind überall auf der Welt zu Hause. Und wir kennen keine Gruppierungen mehr, wie es unsere Eltern noch gekannt haben. Keine Punker, keine Rocker, keine Popper. Und wir rebellieren und berauschen uns auch gar nicht mehr. Wir trinken weniger, wir rauchen weniger. Mit was begehren wir dann überhaupt auf? Mit Rumhängen? Muss Lernen heutzutage eigentlich noch wehtun? Lernen wir nur um des Lernens willen? Und wie viel von dem, was wir in zwölf Jahren Schule lernen, brauchen wir eigentlich im späteren Leben überhaupt noch? Ist das Schulsystem, so wie wir es heute haben und wie es auch schon fast seit Mittelalter so existiert, ist das Schulsystem vielleicht von gestern oder sogar schon von vorgestern? Unsere Generation gilt als gut ausgebildet, bestens vernetzt, aber gleichermaßen auch als anspruchsvoll. Uns wird nachgesagt, wir wechseln unsere Jobs, so wie die Unterhosen. Wir stellen uns die Frage, arbeiten wir fürs Leben oder leben wir für die Arbeit? Solche Zahlen, wie das über 60 Prozent der über 40-jährigen Arbeitnehmer sagen, dass sie ihr Gehalt als Schmerzensgeld ansehen, verwundert uns nicht nur, sondern es erschreckt uns sogar. Weil es haben sich da auch Werte verschoben. Während früher die älteren Generationen noch in die Arbeit gegangen sind, um möglichst viel Geld zu verdienen, um möglichst hohen Status zu erlangen, um Prestige zu zeigen, sind diese Werte bei unserer Generation auf einmal an die letzten Stellen gerückt. Wenn wir uns überlegen, arbeiten zu gehen, steht an erster Stelle der Sinn, etwas zu bewegen, einen Beitrag zur Welt zu leisten, genau das tun zu können, für was wir brennen. Wir sind hier in meinem Aufnahmestudio, in dem ich auch meinen Podcast Mein iPhone und Ich produziere. Mein iPhone und Ich habe ich 2008 gestartet und damals habe ich gestartet in meinem eigenen Kinderzimmer. Und als das Ganze dann ein bisschen größer geworden ist, so etwa 2010, bin ich hier in mein eigenes Aufnahmestudio umgezogen. Inzwischen wird hier auch mein zweiter Podcast Mein iPad und Ich rausproduziert. Ja, und so die ein oder andere Auftragsproduktion findet hier auch statt. Aber das hier ist mein Aufnahmestudio, die Hafenbar. Im Jahr 2008 habe ich den Podcast gestartet, weil ich mir selber so ein iPhone zulegen wollte, damals als 13-Jähriger. Ich musste damals natürlich lange auf meine Eltern einreden, bis ich mir so ein Ding zulegen durfte. Und so ein iPhone gab es ja damals noch nicht offiziell in Deutschland zu kaufen. Also musste ich mir das aus Amerika mitbringen lassen, musste das entsprechend hacken, dass es hier in Deutschland funktioniert. Und ich hatte dann den Gedanken, dass es vielleicht ja auch noch ein paar andere Leute interessiert, wie das denn mit dem Hacken von dem iPhone funktioniert. Dann habe ich mich einfach vor die Kamera gesetzt und reingesprochen und erzählt, wie das denn funktioniert mit dem Hacken des iPhones. Aber anstatt irgendwie zwei oder drei Leute, was ich eigentlich erwartet hätte, die es interessiert, hat es dann irgendwann 500, dann 1000, dann 5000, auf einmal 10 und dann auf einmal 50.000 Leute interessiert. Und so ist es auf einmal gewachsen. Auf einmal hatte ich hier 50 bis 100.000 Zuschauer auf dem Podcast. So während der Zeit, als ich den Podcast produziert hatte, kamen dann auf einmal Firmen auf mich zu, die sich gewundert haben, warum interessieren sich so viele Leute für den kleinen 14-Jährigen da im Internet? Und warum interessieren sich so wenige Leute für uns? Und die haben mich dann angerufen und eingeladen, ich soll mal zu denen kommen und denen was über uns und Online-Marketing erzählen. Ich bin dann hingegangen, habe das gemacht und irgendwie hat sich das dann rumgesprochen und seitdem bin ich immer wieder in großen Unternehmen unterwegs, um mit denen über meine Generation, wie wir ticken und wie wir denken, zu sprechen. Ob wir uns in Social Networks miteinander vernetzen, ob wir unsere Bette gehen mit unseren Handys hin und her daddeln, genauso wie ihr Erwachsenen früher Karl May gelesen habt, heimlich unter der Bettdecke. Und für uns ist es auch keine Frage mehr, ob wir Computerspiele machen oder nicht oder ob wir lieber Räuber und Gendarm im Wald spielen. Aber es ist halt eine Frage, wie wir an diese Themen der Medien herangeführt werden. Ob wir verstehen, dass es viel schöner ist, im Wald Räuber und Gendarm zu spielen, anstatt sieben Tage die Woche 24 Stunden vorm Computer zu sitzen und da in virtuellen Welten in der Gegend rumzuballern.